Hi, ich bin jetzt Mami, aber nicht in Black, sondern so ganz normal. Ich koche Abendessen für meine Tochter und genieße die Häuslichkeit. Mit meinem Kind bin ich total glücklich. Auch mit meiner Großen, die fliegt nach Dublin. Die hat von ihrer Großmutter eine Reise nach Dublin geschenkt bekommen für fünf Wochen. Damit ihr Englisch richtig klasse wird jetzt. Na, die wird das schon hinkriegen. Tschüss!